Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in diese neue Handelswoche bzw. neue Arbeitswoche reingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 37.800 US-Dollar. Wir haben übers Wochenende relativ wenig Bewegungen gesehen. Also wir haben es ja gestern schon angesprochen. Wenig Bewegungen, immer diese Spikes nach oben, aber die immer wieder sofort abverkauft wurden. Man sieht es hier, wir waren kurzzeitig mal bei 40.300, wurden abverkauft. Gestern erneuter kleiner Pump in Richtung knapp 40.000 US-Dollar. Haben es aber nicht mit einer 4-Stunden-Candle. Mal über den Monats-Pivot geschafft, nicht über den 200er SMA, nicht über den 200er EMA. Und über diese letzte 4-Stunden-Supply-Zone. Also ihr seht, da ist eine Menge, Menge Widerstand, wo wir immer wieder rejected worden sind. Wo wir aber auch schon eine Menge Liquidität rausgeholt haben. Heißt, die Zone wird, umso öfter wir diese Zone antesten, umso schwächer wird sie halt auch auf Dauer. Erstmal schon mal ein gutes Zeichen für die nächsten Tage. Oder vielleicht für den nächsten Versuch sollten wir da oben mal wieder hinkommen. Ansonsten habe ich es ja schon die letzten Tage über gesagt, das Golden Pocket, was hier unten liegt, in diesem Bereich zwischen 36,3 bis 36,6 ungefähr. Das wird extrem wichtig sein für uns. Ich halte immer noch die Möglichkeit offen. Ich habe es gestern schon in die Telegram-Gruppe gepostet. By the way, kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Der Link ist wie morgen in der Videobeschreibung. Und lasst dem Video auf jeden Fall ein Like. Und ein kleines Abonnement da. Ansonsten, ja, ich habe es gestern in die Telegram-Gruppe gepostet. Die Möglichkeit bestünde weiterhin, dass wir hier in dieses Golden Pocket reingehen. Darauf habe ich mich auch vorbereitet. Oder ein bisschen minimal runter in dieses 0786er, in diesem Bereich hier unten, weil hier eine 1 und 2 Stunden Demandzone liegt. Heißt, wir könnten erstmal hier am Golden Pocket einen kurzen Bounce hin, kurz nach oben gehen, um die Leute dazu zu bringen, ja, okay, Golden Pocket hat gehalten. Und dann nochmal ein ganz kleiner Weg nach unten, um diese Stop-Losses auszuhitten und dann vielleicht hier diese Trendwende zu schaffen. Nach oben, dann hätten wir immer noch die Möglichkeit eines Inverse Head & Shoulders. Dann mit neuem Schwung durch diese Zone hier oben, die wir auch schon so ordentlich geschwächt haben, dass die Zone halt nicht mehr so stark wahrscheinlich sein wird. Und dann eben die Reise nach oben hin zu ungefähr 43.000 US-Dollar fortsetzen. Wir haben jetzt noch zwei CME-Gaps, eins bei 39.1 und ich glaube eins bei 39.59 irgendwie so ungefähr. Also das heißt, wir haben zwei CME-Gaps, jeweils in einem CME-Gap. Könnte auf jeden Fall interessant werden, dass wir das dann auch demnächst dann auf jeden Fall dann auch füllen können. Das heißt, wir gehen kurz runter, vielleicht jetzt in den nächsten Stunden, vielleicht im Laufe des heutigen Tages auch, weil wir hier möglicherweise so ein kleines Symmetrical Triangle oder eine kleine Bare-Fleck bilden, würde dann auch mit einem Preisziel ungefähr hier mit einem Golden Pocket zusammenpassen, beziehungsweise mit dieser ein und zwei Stunden Demandzone. Und dann die Reise nach oben hin fortsetzen, beide CME-Gaps füllen, kurzer Pump nach oben in Richtung 43, 44K. Dann hätten wir unser übergeordnetes, dafür gehe ich jetzt nochmal ganz kurz in den Daily Chart, unser übergeordnetes W-Pattern, was auch noch im Play ist momentan. Und hier dieser rote Strich, also diese rote Linie ist unsere Widerstandslinie. Da könnten wir dann nochmal Probleme kriegen. Da wird sich dann entscheiden, sage ich mal, ob das jetzt wirklich hier diese Trendwende war, weil wir darüber extrem, extrem viel Widerstand haben. Dieser ganze Bereich zwischen 45.000 bis ungefähr 48.600 ist komplett Widerstand. Man sieht hier, hier war auch nicht nur viele Supply-Zone, drei Daily, eine 4, eine 3, 4, 6. Wir haben auch hier relativ viel Traffic, wenn man es hier sieht. Hier drüben viel, viel konsolidiert in diesem Bereich. Hier nochmal viel konsolidiert in diesem Bereich, wo immer wieder Support war, dann kurzzeitig Widerstand. Also hier wird sich dann nochmal relativ entscheiden, bevor wir dann irgendwann Richtung 56K gehen könnten. Aber das ist wirklich noch weit, weit weg. Viele sehen jetzt auch wieder hier, oh ja, wir haben jetzt auf dem Daily hier ein Head & Shoulders. Wir könnten aber auch locker ein W-Pattern sein. Also ich würde das nicht zu bearish sehen. Ein Head & Shoulders-Pattern ist immer ein Trendumkehr-Pattern. Das heißt, wir kommen jetzt zum Beispiel von unten. Also wir haben einen Abtrend, dann kommt ein Head & Shoulders und dann gehen wir nach unten. Wir kommen aber von oben. Das heißt, wir sind ja schon übergeordnet immer noch in einem Downtrend eigentlich. Und dann Head & Shoulders zu bilden ergibt eigentlich keinen Sinn. Das ist dann mehr so, ja okay, wir gehen vielleicht noch ein bisschen runter, um die ganzen Leute zu racken, die dieses komische Head & Shoulders sehen. Und dann passiert es doch nicht. Weil wir hatten auch hier dieses Head & Shoulders-Pattern, wo das Preisziel irgendwo bei 10K oder 8K oder sogar minus, keine Ahnung, auf jeden Fall wäre hier das auch und das Preisziel haben wir auch nicht erreicht. Aber gut, mehr will ich dazu eigentlich nicht weiter aussagen. Schauen wir uns noch ganz kurz Ethereum an. Gehen wir wieder in den 4-Stunden-Chart. Hier haben wir eigentlich auch eben diese zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen jetzt bei Bitcoin nochmal runter in dieses Golden Pocket. Dann sehe ich hier bei Ethereum diese 2-Stunden-Demand-Zone und 1-Stunden-Demand-Zone in dem Bereich zwischen 2400 und 2460 US-Dollar. Oder Bitcoin hält sich jetzt hier, schafft es hier vielleicht schon eine Trendwende hinzulegen. Dann ist aber auch bei Ethereum hier erstmal Grenze. Was man hier gut sehen kann, bei Ethereum sind wir bereits schon im Golden Pocket. Also wir hatten hier eine Bestätigung bis ganz runter in das Golden Pocket. sind jetzt auch wieder kurz da reingewickt. Also sollte Bitcoin ins Golden Pocket gehen, gehen wir auf jeden Fall hier tiefer. Also da ist das Golden Pocket auf jeden Fall sehr invalide. Ansonsten schauen wir uns mal ganz kurz noch ein paar Altcoins an, weil da ist es auch relativ interessant. Also Luna hat es hier oben dann, ist jetzt langsam die Power ausgegangen, hier in dieser Supply-Zone, sage ich mal hier oben. Die Wicks sind alle aufgefüllt, die Voids sind gefüllt. Jetzt eine kleine Trendwende, sage ich mal, nach unten oder eine kleine Korrektur ist weiterhin drin. Ich habe vor allem hier das 0,5er im Blick, weil hier einfach die 4 Stunden E-Mail Rubens Plus der Monatspivot verlaufen. Das haben wir ja gestern schon angesprochen. Ansonsten tut es dem Kurs auch mal ganz gut, mal ein bisschen abzukühlen momentan. Schauen wir uns noch die anderen Altcoins an. Auch hier Sand zum Beispiel haben wir auch drüber gesprochen. Golden Pocket haben wir jetzt momentan angetestet. Ob das hält, ist momentan auch ein bisschen fraglich, je nachdem wie sich Bitcoin halt jetzt hält. Sollte Bitcoin jetzt von hier schaffen, okay 0,5er bei Bitcoin war es das. Und wir gehen nicht mehr ins Golden Pocket, dann haben wir hier perfekte Entries bei den ganzen Altcoins. Weil ich glaube fast alle Altcoins sind hier momentan fast am Golden Pocket. Wir schauen uns mal noch Solana an. Solana hat hier im Bounce in dieser 1- und 2-Stunden-Demand-Zone geschafft momentan. Also hier sieht es schon ein bisschen danach aus. Ich bin aber auch noch nicht davon überzeugt. Wir sind im Golden Pocket noch ein bisschen entfernt. Das liegt bei ungefähr 81, 82 US-Dollar. Also behaltet das auf jeden Fall mal ein bisschen in den Auge. Zieht euch einfach mal von der Korrektur bis zum letzten High. Einfach mal FIP-Level. Und ihr werdet sehen, bei den meisten Altcoins sind wir noch ein bisschen entfernt vom Golden Pocket. Beziehungsweise tendieren auch gerade so dieses 0,5er Fibonacci Retracement Level. Könnt ihr mal VeChain angucken. Auch hier, das haben wir im Livestream eingezeichnet, besteht immer noch die Möglichkeit in dieses Golden Pocket reinzugehen. Hier bestes Beispiel, wir sind am 0,5er. Genauso wie bei Bitcoin. Golden Pocket nicht weit entfernt. Es ist sehr offensichtlich einfach, dass bei vielen Altcoins dieses Golden Pocket angelaufen werden könnte. Wir befinden uns jetzt überall schon bei einem 0,5er. Das waren jetzt mal zwei, drei Beispiele. Aber zieht euch einfach mal das FIP-Level. Ihr werdet sehen, überall ist eigentlich so dieses Golden Pocket momentan, dieser Anlaufpunkt, wo die Möglichkeit bestünde. Wir könnten jetzt bei VeChain auch sagen oder auch bei Solana, okay, wir formen jetzt hier schon das Inverse Head & Shoulders, aber trotzdem behaltet dieses Golden Pocket vielleicht im Auge, bevor ihr hier irgendwelche Positionen setzt. Wenn dann immer nur kleine Positionen, die ihr zur Not nach unten hin weiter aufbauen könntet, mit vor allem kleinen Hebel. Das ist extrem wichtig. Risk Management beachten. Ansonsten die Demandzone am besten einfach mal anzuhalten. Wir brauchen jetzt hier nicht alle Altcoins durchgehen, weil überall relativ das gleiche Bild ist. Ihr seht überall mögliches Inverse Head & Shoulders. Wir haben das Golden Pocket, wir haben die Demandzone da unten, wo wir uns einen Bounce wünschen würden. So, mehr dazu. Dann morgen schauen wir mal, ob das dann eingetroffen ist, beziehungsweise halte ich euch in der Telekom-Gruppe sowieso auf den Laufenden. Schauen wir uns doch ganz kurz die News an. EU-Vertaktentscheidung über Kryptoregulierung. Erstmal Bullish. Schauen wir mal, wie das mit Russland weitergeht, ob Russland da jetzt noch ein bisschen mehr in Krypto reingeht. Mal schauen, wie heute die ganzen Aktienmärkte sowieso reagieren. Da müssen wir auch mal ein bisschen aufpassen, nachdem jetzt Russland oder viele Banken von Zwift ausgeschlossen sind. Könnten vor allem die Devisenmärkte erstmal unter Druck geraten. Also es wird auf jeden Fall ein spannender Tag, beziehungsweise spannende und volatile Woche sowieso. Und dann noch, um noch ein bisschen in die Aktien reinzukommen, Coinbase-Aktie trotz positiven Quartal 4-Bericht 2021 am Fallen. Ja, Coinbase persönlich auch investiert in Aktien, aber noch nicht so lange, sage ich mal. Ja, was heißt nicht so lange? Also ich bin nicht gleich beim IPO rein, beziehungsweise bei der Listung. Ich bin da erst später rein, weil das klar war, dass die erstmal ein bisschen in den Keller gehen. Ansonsten, die Quartalszahlen sind auf jeden Fall bullish. Man merkt natürlich auch, dass Coinbase mit einer der größten Börsen halt noch ist. Viel getradet wird, viel gehandelt wird. Deswegen ist vielleicht nicht verkehrt. Trotzdem hat die Aktie nachgelassen. Wenn euch der Artikel interessiert, ich habe ihn gestern in die Telegram-Gruppe gepostet. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche. Wir hören uns dann morgen auf jeden Fall wieder. Wenn es irgendwas gibt, melde ich mich in der Telegram-Gruppe. Ansonsten, kommt gut durch den Tag. Habt einen schönen Tag. Genießt vielleicht das Wetter draußen. Wenn bei euch die Sonne scheint. Ansonsten, wir hören uns morgen wieder und wie immer. Stay Crypto.